So, ich habe einen kurzen Hit gemacht, weil ich mir überlegt habe, wir spielen jetzt mal zusammen, bzw. ich spiele jetzt mit meinem Vater zusammen im Splitscreen. Ich denke, aber das ist in Ordnung, das kann man noch erkennen. Ja, muss ich jetzt noch bestätigen. Genau, er spielt den Gunsirker und wir versuchen jetzt einfach mal die nächste Arena zu machen, zu zweit. Wo ist sie denn? Da. Hä? Achso, du hast sie dann gescheitert, oder wie? Ja. Hä, was hast du gemacht? Gar nicht. So. Huch, hat sich die Kamera verstellt? Nee, doch nicht. Doch nicht. Klar. Ich habe doch die Quest gar nicht angefangen gehabt. Egal. Nochmal annehmen und... Ah, ich habe was rausgefunden übrigens. Du gehst da rein, du bist ja mehr so tanky und wenn ich kann hier oben hochfahren und dann da oben ist so ein Feuerding ins Loch, wo ich eigentlich raussnipern kann. Das dauert jetzt etwas langsam. Äh, du kannst ja schon mal in die Arena gehen. Ja, äh... Achso, ja, ich bin auf dem oberen Bildschirm jetzt. Und mein Vater ist unten. So, ähm... Genau, hier irgendwo ist der Schlitz. Genau, hier. Da kann ich eigentlich alles gut einsehen und... Okay, außer die sind jetzt hier rechts, aber die kommen ja dann auch dahin. Ja. Hast du gestartet? Ich muss mal eben die Waffen wechseln. Okay. Dann kann ich auch mal kurz gucken, was ich hier ausgerüstet habe, weil ich brauche jetzt hauptsächlich Sniper. Extra viel Elementarschaden, ach, brauche ich eigentlich gar nicht. Das wäre eigentlich am besten, wenn du irgendeine Slack-Waffen nimmst. Okay, dann lasse ich's. Ich hab da Slack-Sniper. Ja, super. Ähm, wenn du jetzt Slack-Waffen nimmst und ich nehm hier eine mit normalen Schaden, würde meine dann extra Schaden verursachen? Dann nehme ich mal ein SMG, was Feuer hat. Okay. Ja. Das Schaltboot da, links. Äh, näh. Ach so. Ich muss jetzt auch in die Arena, oder wie? Oh man, dann funktioniert das ja gar nicht so, wie ich das mir gedacht hab. Aber dann ist das hier oben ja mehr oder weniger sinnlos. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja ne Idee, warum das da oben so ist. Egal. Dann machen wir das so. In der Arena? Du bleibst da in der Mitte. Okay. Und ich tanke die von der Seite, was auch immer. So, muss ich dann wahrscheinlich auch nochmal drücken, ne? Hä? Komm mal hierher. Wahrscheinlich ist das irgendwie so blöd, dass wir gleichzeitig drücken müssen, oder wie? Okay. Okay. Jetzt müsste es funktionieren. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Da. Ähm. Den krieg ich auch noch weg. Jawoll. Wo sind die? Die rollen sich. Wo, 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 wo. Selbstmordschweck. Wo. Ich kann das nicht sehen vor lauter Blut. Ich hau ihn lieber mal ab. Wow. Was hast du da für ne Waffe? Da war irgendwo ein Medikit, oder? Ja, nicht. Da. Okay. 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 Ey, der klaut dir die Sachen übrigens, ne? Dieser Dean. Hier. Hast du es gesehen? 19.000! Mir geklaut? Ja! War schon. Der hatte zweimal 19.000 oder 15.000 oder so in seinem... Hat er gedroppt. Aber nicht als Geld, sondern als normales Item, was man aufheben kann. Ach ja, ich wollte eigentlich in der Mitte bleiben. Wo sind sie denn? Da komm ich nicht hin. Das ist ein Badass. Wow! Ich rette dich mal. Ja, wenn er da bleibt, dann nicht. Ja. Und Sack. Weil das ist ein Badass, ne? Der ist ja... Wow! Wow! 23 HP! Verdammt. Geht das? Schaffst du das? Ansonsten würde ich dich wieder benehmen. Ja, okay, passt. Verdammt. Warum sind die? Äh, hier links. Nein! Welt-E-S-Normale auch noch. Komm mal hierher. Äh, versuchen wir mal wiederzuleben. Ich bin bei den Gegnern. Hier links, da links, da links, da links, schnell. Nein! Aha, zu spät. Aber ich glaube, jetzt kann ich da oben hin, oder? Vorsicht, Vorsicht, das ist ein Badass. Ja. Ich hoffe, ich komme da wieder zurück. Was hast du überhaupt für eine Waffe? Ne. Da komme ich nicht wieder zurück. Scheiße. Ne. Na, das ist vergessen. Boah, Mann. Wieso ist das überhaupt so... Wo werde ich denn gesporn? Ja, hier. Können wir das gleich wieder wiederholen? Ja, lachen uns noch aus. Ja, dummer. Ja, stoppen. Wenn man stirbt, irgendwie, äh, kriegt man einen Großteil der Munition irgendwie wieder. Ich weiß nicht. Ich gehe schon mal in die Arena. Upsi. Kannst du auch nahe rein, die wieder neu starten. Wieso? Ich muss den nächsten Mal in die Tarn. Nächster Versuch. Tja, du musst wirklich hier hochkommen, sonst kann ich das nicht aktivieren oder irgendwie. So. Ich glaube, ich nehme jetzt doch erstmal die Feuer-Sniper. Was ist das für ein Ding? Wow, da wirft so ein... ...verrückter Psycho. Wow. Schmerz Schmerz Hey! Ich stehe mir hier! Haha! Ich hab nicht mal richtig gezielt und auf den getroffen. Okay, da kommt jetzt die nächste Welle. Boah! Mit einer geht nicht, die Mütter! Das ist der Dieb schon wieder gewesen. Laborratte. Das ist echt unmöglich. Da ist anscheinend noch irgendwo ein Gegner. Hier. Bleib stehen. Wo sind sie denn? Nein, nein, geht er weg, geht er weg. Der darf ich jetzt nicht sehen. Der greift jetzt die anderen an. Der ist jetzt zu einem Superbad-es-Goliath wieder geworden. Ne, rasender Bad-es-Goliath. Okay. Auf keinen Fall den... Oh, oh. Jetzt haben wir zwei rasende Goliaths. Der eine hat zu viel HP. Was, noch mehr? Der ist jetzt noch mal weiter mutiert. Hier, vielleicht greift er den an. Der muss ja. Er ist hier. Das kommt doch jetzt nur, weil wir zu zweig spielen. Ganz ehrlich. Der kann doch mal die anderen da fertig machen. Da muss ja irgendein Shutdown-Fuch kommen. Jawoll. Der verbrennt schon. Der verbrennt schon. Hier ist noch eine Lebensampule. Und Iridium. Ah, das kennen wir sogar beides. Das ist irgendwie hier. Wow. Knapp ausgewichen. Wo sind die denn? Keine Ahnung. Hier, hier links unten ist einer. Ein Zwerg zumindest. Der rennt die ganze Zeit so rum, dass ich ihn nicht treffe. Hier ist noch so einer gewesen. Ey, das ist echt. Wow. Vorsicht, der hat Schockschaden. Alter, 8500. Das ist ein Psycho-Bet-App-Psycho. Hinter dir. Das finde ich gut. Gut. Ich mach mal meinen Tarn und vielleicht weiß er den hin. Ja, komm, ich bin noch öfter. Ey, das ist schon unmöglich. Ich bring da erstmal runter. Er ist gesleckt, oder? Ja, sehr gut. Er dreht sich mit einem Rückzug mit mir. Arschloch. Schaffst du den selber, oder? Ich bin erleblich. Okay, hast du selber geschaffen. Nice. Nein, er lebt nach. Eigentlich kann man so cheaten, wenn man die ganze Zeit so macht. Guck, dann stürzt du einfach nicht, die ganze Zeit. Wo ist der Gegner? Wo ist der? Da! Ist auch noch ein Badass. Ey, Mann, genau dreht er sich weg, als ich ihn schossen habe. Ey, da ist ein Slack-Behälter, vielleicht bringt das was. Ne. Okay. Ich hab keine Munition mehr für die Sniper, ich muss mal... Lass den, lass den noch nicht sterben. Ich muss erstmal die Munition aufheben hier. Falls ich welche finde. Jawoll. Ähm... Halb. Das war jetzt erst die Hälfte. Wow. Ist denn da mal hier irgendein Gegner? Hier. Ist ein bisschen sparsamer mit der Sniper-Munition. Warte, 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 warte. Nein! Hau schnell ab, hau ab. Hau schnell ab, hau ab. Boah, eine Metzelei. Hier. Er weicht aus. Er weicht aus. Hier kommt einer noch. Hau. Hier. Hä? Was sind denn da diese Zwerge? Blasender Zwerg, Goliath! Haha! Wo seid ihr denn? Selbstmordzwerg, Karl, du kannst mein Hologramm umdrehen. Ja, den habe ich noch zum Glück gekillt. Sonst wäre er zum Rasenden wieder geworden. Die springen hier echt rum. Hier unten ist irgendwo noch einer. Ach da! Oh, das war gerade ein Assault Riffle, der... Wow! Ich kann mich sehen. Woa-woa-woa-woa-woa-woa-woa-woa-woa-woa-woa-woa-woa. Der Kannischen muss ich auf mir. ja er hat ja 100% mehr Nachkampfschaden habe ich vergessen 150 Prozent. Wow. Die Riemen. Die Riemen voll. Äppeln. Die Missilexen einfach kann ich wegnehmen. Ich bin gleich wieder da. Dann habe ich ein neues Missilexen. Ja! Endlich! Hattest du die Mission eigentlich schon alleine geschafft? Ne, ne? Nur die zweite, die dritte nicht. Das ist alles. 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 Das ist alles.